Das sind die zwei Häuser von Oman. So sieht es ganz schön aus, so könnte ich es mir auch vorstellen. Was ist der ökologische Baustoff Nummer 1? Was schafft ein behagliches Raumklima und erfüllt ihnen ganz individuelle Wohnträume? Heimisches Holz. Die Firma Aumannhaus aus dem schwäbischen Ziemetshausen hat sich 100 Jahre Zeit gelassen, um alles über Holz zu erfahren, was es zu wissen gibt. Und dieses Wissen setzt das traditionsreiche Familienunternehmen heute ein, um aus Holz zu formen, was mit keinem anderen Baustoff in dieser nachhaltigen und vor allem hochwertigen Qualität zu machen ist. Gesundes Bauen von Anfang an. Der natürliche Rohstoff wird durch die eigenen hochmodernen, computergesteuerten Produktionsstraßen präzise vorbereitet und in altbewährter Zimmermannskunst per Hand zusammengeführt. Dabei achtet Aumann auf höchste energetische Standards und setzt diese ausschliesslich mit ökologischen Baustoffen um. Bei Aumann können sie als Häuslebauer sogar selbst Hand anlegen. Aber was braucht es noch, um die unverwechselbaren Aumann-Holzhäuser zu bauen? Geschick, Leidenschaft und Freude an Präzision. So entsteht binnen weniger Wochen ein komplexes System aus Einzelteilen, welches das Aumann-Montageteam auf ihrem Grund und Boden passgenau zusammenfügt. Jedes Teil erfüllt die hohen Richtlinien der einmaligen Aumann-Qualitätsgarantie und ermauert durch unabhängig und regelmäßig überprüfte Qualitätssiegel. Mehrfach ausgezeichnet zum Beispiel durch das Fünf-Sterne-Zertifikat Meisterhaft des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes. Auch unser Rohstoff Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Quellen, kommt überwiegend aus regionalen Waldgebieten, ist PEFC-zertifiziert und in seiner Funktion als CO2-Speicher von sich aus klimaneutral. Verbunden mit Dämmung aus ökologischen Holzfasern erhalten Sie ein optimal isoliertes Haus, welches Ihnen und Ihrer Familie über Generationen Schutz und Behaglichkeit bietet. Und das ist auch der Anspruch, den Aumann in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit an sich selbst stellt. Sie können zusehen, wie Ihr Holzhaus Form annimmt. Und sei es nun mit Holz oder mit Putzfassade. Ein Tag, ein Haus. Ein Mann, ein Wort. So spielt Ihr Aumann Holzhaus seine Vorzüge sofort aus. Denn während andere noch planen, genießen sie das Leben schon in vollen Zügen. Aumann Haus. Leben in Holz. Nehmen Sie noch heute Kontakt auf. Wie er sich bei euch in hellen ... Wiejust sind ...